Ich heiße Nina, bin 17 Jahre alt und ich fühle mich reif genug, ein Kind großzuziehen. Wir sind jetzt knapp ein Jahr zusammen und zusammen kommen sie mir eben durch die Schule. Das war in der zweiten Klasse. Wir schaffen das schon. Wenn ich zum ersten Mal ihren Schreien werde, das wird sich ganz was Neues sein und ich kann mir schon vorstellen, sie in den Arm zu halten. Ich werde mich sehr freuen, wenn ich mir zum ersten Mal meine Tochter im Arm halte. Ich bin sehr glücklich, dass ich zu Mama bin und ich glaube, der Marius auch, dass er Papa ist. Das ist irgendwie super, wenn man so jung eine Familie hat. Komm her, hast du hier schon einen Hunger, gell? Nein, meine Puppe! So. Mein Leben schaut jetzt so aus, dass ich mich von Marius getrennt habe. Ja, Isabella geht sehr gut, sie ist jetzt schon fast vier. Ja, sie macht mich jeden Tag glücklich. Ich bin froh, dass ich sie habe und es ist einfach schön mit ihr. Soll ich dir was Cooles sagen? Ja. Mach mal einen Ausflug am Wochenende. Wir überlegen uns was Tolles, die Julia und ich, okay? Die Julia und ich, okay? Die Julia und ich, okay? Ja, ich habe mich an eine Frau verliebt. Das ist der Grund, warum ich mich von Marius getrennt habe. Es ist gut, dass er jetzt jemanden hat, dass ich jemanden habe und so ist die Sache wirklich okay. Ich bin und bleib der Julia neu. Ich schwöre. Julia, ich liebe dich über alles, mein Schatz. Ich bin parce. Ich bin und ich bin und ich liegt einst purger covenant. Ich bin und ich bin ich. Ich bin nur fürfightrend. Einst du dich überrasst. You What är das denn? alet.